Herzlich Willkommen zu meinem neuesten Unboxing Video. Heute habe ich eine Highend SSD Festplatte mit der Steckplatz Variante M2. Und zwar ist es die Samsung 960 Pro M2, also mit einem M2 Steckplatz, Anbindung mit PCI-Express, 1TB, ich habe die 1TB Variante, soll Geschwindigkeiten, Lesegeschwindigkeiten 3500 MB in der Sekunde und schreiben 2200 MB in der Sekunde, also deutlich schneller als diese klassischen SSD Festplatten, die es auf den Markt gibt. Das ist auf jeden Fall das Highend Modell, die 1TB Variante. Und ja, wir schauen uns das mal an. Was haben wir denn so alles in der Verpackung drinnen? Und ja, schlicht gehalten, ganz klein, auch sehr, sehr leicht. 5 Jahre Garantie bietet Samsung bei diesem Gerät an, bei der Pro Variante vor allem. Kostenpunkt etwa 630 Euro, sehr schwer zu bekommen derzeit, weil der anscheinend die Nachfrage sehr hoch ist. Wir machen mal die Verpackung auf und schauen uns mal an, was wir alles so drinnen haben. Spartanisch, sehr spartanisch. Einmal haben wir einen Installation Guide, das die türkische Sprache hat, aber nicht die deutsche, aber zumindest ist die englische Sprache auch dabei. Wird kurz erklärt, wie man die anschließt und welchen Steckplatz man nimmt. Das ist also diese SSD M2-Festplatte von Samsung, der Samsung 960 Pro. So, und da kann man es jetzt vielleicht jetzt besser sehen. Also ganz, ganz klein gehalten und sehr leicht. Und da sehen wir die Pins, der Steckplatz. Also ihr müsst einen M2-Steckplatz haben auf eurem Rechner, damit ihr diese PCI Express quasi SSD-Festplatte betreiben könnt. Also sehr klein gehalten, Rückseite auch sehr dünn. Und ich werde das jetzt gleich an meinem Rechner einbauen und zeige euch, wie und wo man das einbaut und wie das an meinem Rechner dann auch aussieht. Also 3500 MB in der Sekunde lesen und 2200 MB in der Sekunde schreiben. Da bin ich mal wirklich gespannt, vor allem wie schnell die Spiele dann starten, beziehungsweise wie kurz die Datenzeiten dabei ausfallen. So, jetzt baue ich die SSD mal ein und dann geht's los. So, fertig eingebaut. So, da ist der besagte M2-Steckplatz. Müsst ihr schauen, ob ihr Mainboard das auch hat. Da also mit einer kleinen Schraube befestigen wir dann die SSD-Festplatte. Da sehen wir es nochmal in der Nahansicht. Ja, und jetzt starten wir den Rechner und machen Benchmark-Tests und schauen, ob wirklich die Geschwindigkeit erreicht werden kann. So, wir starten mal. Ich starte erstmal, ich habe noch eine andere SSD an, die klassische SSD. Ich habe noch die Samsung 850 Pro drin. Und das ist die klassische SSD-Variante. Und da mache ich jetzt auch mal einen Benchmark-Test, damit ihr sehen könnt, inwieweit sich Unterschiede geben. Da sehen wir schon 557 MB in der Sekunde. Schreibt, beziehungsweise ist die Festplatte schnell, 368,3. Also es macht verschiedene Modi quasi. Ich nutze Crystal Disk Mark in der Version 5. Und der ermittelt dann quasi die Geschwindigkeit der Festplatte. Der SSD, das ist jetzt, wie schon sagt, der Samsung 850 Pro in der 1TB-Variante. Da habe ich meistens die Spiele drauf installiert. Die Steam-Spiele, die werde ich jetzt verschieben auf die M2-Festplatte. Aber da sehen wir schon, selbst die hier ist wirklich sehr, sehr schnell. Eine normale Hard-Disk-Festplatte, die ist etwa bei 120 MB. Also auch diese SSD ist noch relativ zügig. Aber gleich schauen wir uns mal die Werte an von dieser M2-SSD, von der Samsung 960 Pro. Und da war ich richtig sprachlos. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und die hat wirklich richtig Dampf. Das werde ich gleich euch mal zeigen. So, die ist hier jetzt fertig. Ich schiebe das Mail jetzt an die Seite und starte jetzt mit der M2-SSD-Festplatte von Samsung, den 960 Pro. Und starte jetzt mal hier, wie schnell der ist. Und gleich kommt der erste Wert. 3487 MB. Also wenn man sich von der 850er Variante, die Werte links sich anschaut, der ist siebenmal, fast siebenmal schneller. Das ist schon unglaublich. Also das sind Werte, ermöglicht natürlich der PC-Express an die PC-Express-Anbindung. Also die Werte, da sehen wir schon, der dritte Wert ist da. Der ist es unglaublich. Sehr, sehr schnell. Und die Ladezeiten werden dementsprechend auch kürzer ausfallen. Vor allem bei Spielen, die recht umfangreich sind, sehr lange Ladezeiten haben. Und ich habe schon einige Spiele ausprobiert. Zum Beispiel Hitman startet deutlich schneller. GTA, dramatisch schneller ist das Spiel, ist der Story-Modus geladen. Hier sehen wir auch die Schreibgeschwindigkeit. 2200, sagte man. 2175, also fast der Wert wird erreicht. Das ist schon wirklich unglaublich, die Werte. Also meine Rechner, ein bisschen mehr zu meinem Rechner. Ich habe einen Intel Core i7 5930K mit 6 Kernen, 32 GB DDR4-Speicher, eine GeForce 980er-Grafikkarte und einige Festplatten drin. Und da sehen wir die Werte, die sind schon wirklich phänomenal. Also, ich schiebe das mal jetzt mal zusammen, dann könnt ihr die Unterschiede sehen. Selbst die SSD von Samsung, der 850 Pro, stinkt dagegen ab, gegen diese Werte von dieser M2-Variante. Das ist schon der Hammer, muss ich schon sagen. Und ja, ich zeige euch mal, wie die Anbindung der jeweiligen Festplatten ist. Die 850 Pro ist Anbindung mit SATA 6,0 GB in der Sekunde. Und wir schauen uns jetzt von der M2-Festplatte an, von der 960 Pro. Anbindung PC-Express Gen 3x4. Also, der ist mit PC-Express angebunden, deshalb auch so schnell. Ja, so viel dazu. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr mich abonnieren würdet, würde ich mich natürlich freuen. Und auf einen Daumen hoch, würde ich mich natürlich auch freuen.